Auf geht's, Tier! Ah, Petrus Sonder wird sogar hier empfohlen. Njuuu! Njuuu! So, haben wir uns noch ein süß komisches Ancient Coin Ding. Das hier noch. Keine Tränen, das hast du. Naja, hab ich. Sonder wird auch so nicht mehr gespielt. Nicht schade. Squishy halt. Ja, und kein Escape. Willkommen zu dem Howering Abyss. Ah, sie macht gut Schaden. Ich hab schon wieder gleich kein Mana mehr. Ja, lad mein E auf. Ja, uhu, geil. Kannst du schon mal zick in die Kugeln werfen? Ach, ist kein Ding. Ich hiel dich. Vorsichtig, der Alistar fehlt. Go Alistar, bewegt deinen Muku Arsch. So, hier brauchst du noch einen hier. Alistar ist ein Schaaf. Alistar ist ein Schaaf. Ich bin nie Out of Mana, nie. Vorsichtig, wenn sie nur zu viert. Die haben so viel CC. Theoretisch. Ich würd mal da reingucken, Alter. Da hab ich doch schon reingeguckt, da war niemand. Die sind alle rausgelaufen. Echt? Nimm die Scheiße, ey. Au. Oh, der hat das erste Mal, dass ich diesen neuen Scanner sehe. Seitdem er... Echt? ...mit dem Skills reworked. Ja, ich hab ja in die Monormals gespielt. Ja, auch da sieht man ihn selten. Aber anfangs hat man relativ häufig gesehen. Da ist noch einer drin, ja. Wo ist die Muku? Vorsicht vor der Zyra, ne. Immer schön die Pflanzen kaputt, man. Die geben Geld. Ich hab eher Angst vor dem Vega. Ja, ich auch. Aber die sind... Ne, die sind zu fünft. Wollte sagen, die sind auch nur zu viert. Kein Ding, ist kein Ding. Pflanzen kaputt machen, bring Geld. Da ist die Muku. Die ist ja da. Es ist ja nur 3 Minuten nachfragen. Ist in Ordnung. Hallo. Hallo. Hi. Wir haben gerade über dich gelästert. Wer? Jeder hier, jeder. Ich liebe dich Blacky. Außer Gerrit, der ist... Er weiß gar nicht mehr welcher. Schon außer Gerrit, der ist irgendwie die ganze Zeit weg. Es ist Ben. Komm, tschau mich, Ari. Blacky, ich bin Gold 3. 2. Ja. Oh, Gratulation, Hakimio. Ey, 3 Tage. 2 Division. 100 Tage. Ja. Ich hab 2 gemacht. 2 Tage. Loll. Damn knappes Ding. Loll. Damn knappes Ding. Oh. Ich kann überlegen den Crew zu maxen. Ja. Der Towerpush. Jetzt bist du... Jetzt bist du 20 Sekunden zu spät, sonst hättest du mit mir du geflügt. Hast du Glück gehabt, Blacky? Ja, ich wollte grad sagen. Hier, Scanner, Scanner, Scanner. Nice, sehr schön gemacht. Wir haben gerade alles auseinandergegangen. Warum? Ja. Dead Alistair Bud. Das sind wie Gold oder sowas. Irgendwie passt mein Passwort nicht mehr. Blacky, du hast mir doch gestern einen Account gegeben. Das Pass hat das geändert. Ich spiel grad schon mit dem Account, weißt du? Jobste sogar. Warum wirklich das Passwort nicht mehr? Ja, das ist wie der Exxon lief und äh... Alter, wie die Lacken, Mann! Warum hat der Alistair gebl... Nein! Wie er das überlebt hat, Alter, what the fuck? Ich hab Manaproblem, ich brauch ein Chalice. Ich brauch am Anfang ne Tier und ein Chalice. Das ist total unfair, dass man sich das nicht kaufen kann. Er ist tot. Blacky, guck mal, wie viele Punkte ich hab. Bitte. Sieben. Sieben. Nein, dann Spaß. Ich kann mal nachgucken. Muss auf. Meine, 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 meine! Nein! Nein, nicht Mana. Ich brauch das Mana zum Springen. Du hast volles Mana fast gehabt. Jetzt hab ich volles Mana. Guck dir meinen Mana an. Ich muss diese ganzen... Guck mal, der Alistair hielt nicht mehr, weißt du? Ich muss die ganze Zeit alleine hirn. Du hast 24 League Points. 24. Ja, okay. Einen Win halt, ne? Du hast 11-1 zu Sunne gespielt. Gut, oder? Ja, okay. Ich hätte 11-0 gespielt. Oh, Stufe 6, Stufe 6, Stufe 6. Stufe 6. Ja, ich spring rein. Ich bin sowas von tot. Ich bin sowas von tot. Minions haben mich getötet. Fuck you. Ich habe überlebt. Gut, gut. Was stimmt, ich habe mir sogar das falsche Item gekauft auf Sona. Find geil, dass ich auch keine Recovery E-Mail bekomme vom Passwort. Habe ich schon alles überprüft? Dann starte den PC neu. Hilft immer. Oh, ich habe eine E-Mail bekommen. Alles safe, Sam. Hallo, irgendein anderer Username, den du vorher nicht hattest. Pyrrhon, kommen wir zu mir. Jetzt habe ich ausversichtlich den W gedrückt. Sorry, gleich. New Password. Ja, ganz laut vorlesen. Dark Hunter ist cool. Boah, gute Ulti von Syra. Gutes Password. Er spielt einen Normal? Aram. Ich will danach einen Normal machen. Der Bock hat Flecki. Achimo, bitte. Achimo. Achimo, ich hab' ich auch mitgek. Achimo, ich hab' ich auch mitgek. Achimo, ich hab' jetzt auf mich zu drohen. Ich wollte heute Nacht noch schlafen, ohne dass ich weiß, ich werde League Pulse verlieren. Ich will dir auch ein Erfolgserlebnis machen, dass du jemanden gecarriert hast. Achimo, ich hab' gerade auch wieder gecarriert. Guck' meine Kettel-Zett. Der kriegt guck' meine Kettel-Zett. Achimo, fuck you. Warum? Äh ne, ich hab' hier nur abhören. Ey, du bist schon mal ein Arscher. Und du weißt? Ja, ich kann grad nichts gucken. Ich muss carry'n. Ich muss die ganze Zeit wieder weglacken. Road to Platin. Road 3. Schick' dich, schick' dich. Ich bin so entspannt. 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 Dann gucken wir mal. Da kann's Steen gehen. Als Sona. Oh mein Gott, hört er das. Boah, Dark Mistro, too high, Elo. Someday. Irgendwann mal. Irgendwann mal. Aua. Irgendwann mal. Die sind 17. Ja, gut. Nicht El- Oh, jetzt nimmt Elister das überhaupt. Gut, ne? Vielleicht sollte er auch mal hielen, der Typ. Oh, er kann hielen. Wie viele Leute einfach unvergültig in Gold sind. Ich mein, wie viele Leute einfach unvergültig in Gold sind aus meiner Kontaktlisting. Achimio, äh. Sei vorsichtig, was du jetzt sagst. Am Pyron definitiv nicht. Ich hab' nicht mehr in meiner Kontaktliste, ich glaub' ich hab' dich gestern gelöscht. Echt? Ja, mir kann ich leben. Oh, du bist Gold-3-Promo zu Gold-2 am Pyron. Schon lange, richtig lange. Und du hast weniger, du hast weniger Ringsets, Achimio. Achimio, ich würde mich schämen. Ich bin krass. Weniger Ringsets, ja. Ja, und bist höher als... Guck. Er hat 78 Win, du hast 14 Wins. Ich spiele ja auch öfter mit dir. Hahaha. Das hat gesessen. Das war... Wow, war hier. Du, der war ein Kick von mir, Janis. Achimio ist nicht mit euch hingeben, ne? Nein, ist er nicht. Hau auf. Ich hätte gerne einen Grund dabei gehabt. Hahaha. Nein. Er wird einen Grund, ne? Er wird echt einen Grund. Nein, 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 nein. Ach ja, da. Drücke... Drücke D und F zum Tanzen und D. Hahaha. Habe ich gerade gemacht, was passiert? Ich tanze gar nicht. Fliegst du schon? Fliegst du schon? Ne. Ich kann fliegen. Dona fliegt. Das Fliegen ist auf Cooldown. Achso. Okay. Ja, du musst Ulti drücken. Da kommt. Das Fliegen wirklich zu aktivieren, oder? Die ist immer noch auf Cooldown. Bei mir ist gerade alles auf Cooldown. Ja. Wettste Runde Teambuilder spielen, sag. China Team. Select Champion. Okay. Okay. Ja, Kassadin. Da... Select Roll Marksman. Select Position. Bottom Lane. Hat er irgendwas gegen mich? Kleiner Wichser, Alter. Mal gucken, ob ich ihn gefunden finde, wo ich Kassadin spiele. Spielen darf. Also eh. Pfff. Nein! Happy Flash! Doch! Verdammt. Weil ich halt Initiator und wollte mich töten, Alter. Ich bin viel davon lassen. Kann man bei Cooldown da eigentlich auch einladen? Ja. Nein. Da gibt's keinen Invite Button. Oh, 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 oh. Wenn du das bei der Cooldown ausgewählt hast, dann kannst du den Witen. Geht mir echt gut. Ja, Katelyn. Wo haben wir's denn? Mage. Mage. Ja, holen wir mit den Emerus. Katelyn, Mage, Jungle. Abhä. Bin tot. Und auch nicht. Danke. Kannst du echt den Weiten vergehen, Alter. Bullshit. Bullshit. Ich bin so schlecht mit meinen Ultis, ey. Ich hab auch keine bessere getroffen mit dem letzten Game. Hat nur keiner gesehen. Wir sind gerade vielleicht zum zweiten Mal oder so. Zwick's gerade hin, ne? Hunger, meine Pizza ist noch nicht da. Meine Hawaii mit Scharfsgesel. Ich bin vorher gerade laufen gegangen. Alter, das war so eklig. Der Pizze hat wahrscheinlich in den Müll einmal gekippt. Was? Ich bin tot. Scharfskäse. Hahaha, kleiner Wichser. Warmer Scharfsgesel. Das ist ein Orgasmus im Mund. Ehhh. Ihhh. Und dann noch mit der warmen Ananas. Warum haben wir ein Team, das YOLO-CAUST Hammerfaust heißt? Ach, bullshit. YOLO-CAUST? YOLO-CAUST Hammerfaust. Ja, von wem war das? Das hab ich mich auch schon mal gelesen. Das hat Kopfball erstellt. Stimmt, aber ob man rankt die Mockma? Warum lädt mein Kopf Legends Clank nicht? Wir haben eins verloren und dann haben wir keinen Bock mehr. Hahaha. Warum lädt mein Clank nicht? Ups. Weiß ich nicht. Das war aber nur, weil ich ein DC hatte. Ja, genau. Ja, genau. Doch, doch. Da haben alle Leute drüber rumgerangt. Das ist wirklich ein DC halt. Ja. Ja. Ich wollte danach, wie ich mich wieder... Also wie ich nächsten Tag kam, wurde ich angeflankt von denen. Dafür, dass man Internet und DC hatte. Ich war der Einzige der Positiven. Ich war der Einzige der Positiven in dem Stand. Nein. Na gut, er möchte. Jetzt hat er mal noch zwei Sekunden gewartet. Jetzt hab ich meinen Ulti ready. Ich weiß. Ich hab's nicht gesehen. Ich dachte, du hättest sie ab. Nein. Sag ich schon mal weniger denken. Entschuldiger. Das kann denken. Mach ich immer wieder. Du hast den roten... Du hast den grünen Punkt, Junge. Ja. Gold... Ich dachte, du bist Goldspieler. Sowas muss man als Goldspieler wählen. Ich hab keinen grünen Punkt. Ich hab ne Leiste. Die mit den Key das anzeigt. Aber ich gucke mich drauf. Ja. Ich will dieses... Ich will auch nen Key haben. Außerdem brauchen... Ich kann den Key verschaffen, Lecky. Danke, Per. Ja. Ja, ja, warte. Ich muss jetzt gucken, ob er den Online ist. Nee, Sven. A die Ziel bekommst du nicht. Du bekommst nur Top Support. Um A die Position bekommst du nicht. Das sieht dann ja hässlich aus. Er ist nämlich ein Only-Wayne-Spieler. Das ist eine Lüge. Oh, 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 oh. Er kann damit lesen spielen. Und APS. Genau, ich kann auch und lesen. Was für ein Penner. Sehr dank. Was das für ein Penner, ey. Der Skarner hat dich gerettet. Die Zeit spiel ich ja Mad Raven. Seit wann? Wie? Gestern Zeit. Der letzte... Am 24. März. Das war vor 3 Tagen. 14.5. Boah, auf 2 Tagen hatte ich 7.2. So lange mich mal mit dem... Geredet. Gestern hatte ich 13.9. Boah, hab ich gefiedelt. Ich bin weggeflasht. Ah. 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 Au, 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 au. Au. Machst du da eigentlich immer, Creezy, mit der W? Okay. So gut zu danken. So wie so ein Basketballspieler. Versuch den eh mal lieber zum Kiten und disengagen. Hey Dark, du hast den Best Maukai Brasilien in deinem Chat, ne? Ich will ich lieber mal sparen. Ich will mal sparen. Was hab ich? Ich glaub, das ist hier Kralle. Du hast den Best Maukai Brasilien in deinem Chat. Cool. Du bist relativ nutzlos. Du bist relativ nutzlos. Selber Zeit, er kennt sich nur aus. Man hat noch nie Maukai im Rack gespielt. Best Maukai Brasilien. Ja, vielleicht bin ich mit dem Rack. Waaaaah. Ja genau. Die bannen den immer, wenn er den spielen will, ne? Die sind die bannen den immer. Die Dinger sind ja unnötiger. Perma-Bannen rankt. Hallo? Das ist ein Baum, der ist OP. Ja. Damit kann man TSM schreien. Cool, auf Redaction. Geil. Da? Geil. Hör auf zu zocken. Also, hört auf für Dignitas zu zocken. Wie er immer wieder Falschmeldungen verbreitet, hört auf zu zocken! So was mag ich halt. Ja, merkt man. Danke, du mir's dir zu sehen. Die Leute, die dich können. Ja, das ist aber richtig. Darum passt das ja. Was ist denn mit den Falschmeldungen? Ja, du hast dich ja danach ausgebestert. Ja, gut. Ja, und deswegen ist das hier richtig, weil du jetzt weißt, du darfst nur das richtig sagen. Und jetzt putze ich gerade mein Mikro mit so einer Bleistiftmine. Was soll uns das sagen? Ruhe, wenn du das kannst, tat sich gut an. Wow. Versteh ich jetzt nicht. Ja, aua. Gehtet Neko schon wieder? Ja, immer. Na, geh schon. Das kommt, wenn du nicht da bist. Ich hatte noch soziales Lernen in der Schule. Ja, alles Lernen, meine Damen und Herren. Ich hab gelernt, wie man sich begrüßt. Also nicht mit steil gewogenen Hand. Hallo, Hallöchen. Ich hab das am Popöchen. War das richtig? Sag, wieso bist du noch mal hergekommen? Weiß ich nicht. Das ist so cool. Nolls, aber von Daumen sind wir langweilig. Ja, stimmt. Hör'n lassen. Er wollte das deutsche Forum hören. Oh mein Gott, wie viel Flailed. InPCR kam nicht schmatt Ich weiß, zwickst du en lächerliche OP Zwickst du en kleine Trollchen? Cool wenn ich auf Forum drücke ist erstmal die Website offline Sseu wess Hallo LoL Ich will nicht dein Ding führen Dein Ding? Der immer mit Stahler und ich spüre mein Ding Ja geil Ja, aber wenn du jetzt sagst, ich will nicht dein Ding spüren, dann gehe ich davon aus, dass jemand gerade... Ne, gut. Ah, das war wild. Das war so gut von uns. Das war richtig gut von euch. Zona ist einfach so out to win in diesem Mode. Keiner Deku, Baby. Keiner Deku ist auch einfach noch lame. Auch meine Güter haben mich um mich rauszunehmen. Wenn sie es nicht tun, haben sie verloren. Stirbt da gerade einer? Ja, ich bin gerade gestorben. Okay. War's geil? Ja. Hat sich richtig angefühlt, Dark. Hat sich richtig angefühlt. Boah, Christell, du versuchst echt noch Solo-Ques zu spielen. Du wirst verlieren. Du weißt es, du wirst verlieren. Weißt Christell, echt, dass du wirklich in Platte gekommst? Boah, wie ich die abgebildet habe. Du denkst echt, der ist Solo-Que-Plati gekommen? Nein, deswegen frage ich doch. Ne, er war mal kurz Main-Supporter, als er die Platin-Promo hatte. Sagen wir es mal so. Er hat gesagt, gib mir mal Main-Supporter. Er hat wirklich sofort gemained? Ja, er hat nur sofort gespielt, bis er Platin war mit mir. Damit er immer mit mir auf die Bot schnicken geht. Das ist doch okay. Ja, klar, es ist okay. Aber er ist Platin. Dann sagt er, ne, ich will kein Duo spielen, ich spiel Solo-Que. Nein, ich dachte, er macht das wie Master, der einfach mal Support-sätzlich mained. Also, auch in Trandom. Er hat gesagt, dass er Support mained, damit er mit mir auf die Bot-Line gehen kann. Damit ich mit ihm Duo spiel. Aber ich hab gesagt, ich spiel höchstens mit Support oder mit Lain-A-Duo. Okay, dann bin ich auch mit Duo-Qued. Nein! Ja, das war aber auch so ein... Wir sollten die Dings holen, die Zona. Ja, nicht Solo-Que. Ja, genau. Ich spiel ja eh nicht so viel weg. Ich möchte noch Platin von der Männchen. Ich hab die Rede wieder. Schnell mal hochhealen, ist ja fix gemacht. Ich mein Kreiselda 5-10, 6-6, 4-5. Oh, da hat er mal einen Normal Gang gewonnen. Ah, da hat er wieder einen Solo-Que verloren. Wieder einen Solo-Que verloren. Wieder einen Solo-Que verloren. Ne, da ist ein Solo-Q geworden. Oh, da hat er zwei Winster mit mir geduht. Das war sogar wirklich so. Und da hat er drei, zwei Normal. Zwei Normal. Hahaha. Voll, Ali. Weit mal ran, du hins, oder? Kann das sein? Okay, klasse, ja. Haha, die Rage-Quit. Die Lache, Alter. Komm, Stun mich. Stun die Zona. Nein, nicht mich. Ohne, nicht mich. Ah, der ist gerne. Deal, ich spür sein Ding. Nooo, ich hab den jetzt gar noch nicht gestunt. Ja. Diese kritisch nicht. Viel. Stink. Ali-Carry ist ne Scheiß-Position, ich kritisch nicht. Ja, abhören. Das soll dir sagen, dass du aufhören sollst, Ali-Carrys zu spielen. Hör auf zu benden, Alter, zeig ich verdammt nochmal. Ist der Krip geklappt? Jetzt will ich das benutzen. Ich bin voll die gute Tristana, hallo. Ich kann weh und weh und nochmal weh drücken. Ja, das kann ich auch, weil ich den Cooldon abwarte. Kann weh. So, wer hat die Carried 14-4, hab ich gesehen. Ich steh gerade dabei. Das war sicher Ampyron. Das war sicher Ampyron. Das war sicher Ampyron. Ampyron hat 10-6, also ist ja auch nicht so möglich. Wir sind nur in der Teile verrutscht. Also Ampyron, man könnte noch ein bisschen... Das war sicher Ampyron. Ich bin nur in der Teile von Ereigny und Action von Ereigny.